Mein Name ist Micha Kreiz, ich bin 43 Jahre alt und Kandidat für das Bürgermeisteramt in Monschau, unsere Heimat. Monschau ist die schönste Stadt der Welt, hat mir zuletzt der neue Pächter eines Lokals gesagt. Einen Satz, den ich nur unterschreiben kann. Monschau ist vielfältig. Handel und Handwerk, Industrie und Land- bzw. Forstwirtschaft, Fachwerk und Buchenhecken, historische Altstadt und Fendörfer, Nationalpark und Ruhertal. Und all das machen liebenswerte Menschen mit rheinischem Naturell aus. Gemeinsam für Monschau ist in meinen Augen nicht nur ein wunderbarer Wahlspruch. Gemeinsamkeit leben wir zu Hause und im Ehrenamt. Menschen, die sich für andere sozial, kulturell und sportlich engagieren, sind ein Schatz für jede Dorf- und Vereinsgemeinschaft. Aktuell steht unsere Heimat vor großen Herausforderungen. Herausforderungen, die wir nur gemeinsam angehen können. Gemeinsam will ich nicht Probleme suchen, sondern Lösungen. Bewahrung der Schöpfung ist für mich ein zentraler Grundwert, den wir immer im Blick haben müssen. Im Kleinen wie im Großen. Unsere Wildblumenaktion, bei der über 250 Menschen teilnehmen. Familienbetriebe, regionale Erzeugung und Vermarktung, vom Eiermobil bis zum Frischmilchrastplatz. Das ist konkrete Nachhaltigkeit. Der sorgsame Umgang mit Flächen und der Einsatz von Wasser, Wind und Sonnenenergie gehört zu unserer Verantwortung. Konkret geht es um den Ausbau des Windparks, die Nutzung von Sonnenenergie bei öffentlichen Dachsanierungen und die Herstellung von Wasserstoff im Rahmen einer Kompost- und Biogasanlagen. Fleißige Arbeitnehmer und verantwortungsbewusste Arbeitgeber. Arbeit ist ein Stück Selbstverwirklichung. Wir haben viele gute Arbeitsplätze. Ich will aber noch mehr Unternehmen und Branchen nach Mongeau bekommen, die neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Wir können vom Strukturwandel der Region nur profitieren. Ich will dieses Innovationspotenzial nutzen und Rahmenbedingungen dafür schaffen. Bei uns oder im interkommunalen Gewerbegebiet am Gericht. Durch Fachkräfteinitiativen mit unseren belgischen Partnern, Breitbandausbau und eine gute Verkehrsanbindung mit einem modernen ÖPNV. Das Leben als Kommunalpolitiker ist intensiv. Der Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen ein Gewinn. Wir leben, wohnen und arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Vielfältige Freizeit- und Bildungsangebote sowie ortsnahe Einkaufsmöglichkeiten sind wichtige Bausteine dafür. Apropos Bausteine. Ich will neues, bezahlbares Wohnen zügig und angemessen realisieren. Für junge Paare oder Senioren. Im Bestand oder als Neubau. Als Wohnung oder als Haus. In jedem Ort. Zukunft. Darum geht es für Mongeau. Zukunft gemeinsam gestalten. Gemeinsam für Mongeau. Zukunft. Darum geht es für Wim.